Für die Frage, was ist eigentlich XSplit, habe ich hier mal die Hauptseite von XSplit aufgerufen, denn es hat einige neue Features gegeben. XSplit ist ja sehr bekannt unter den Streamern. Das ist eigentlich die Streaming-Software, die jeder benutzt zum Streamen, weil es einfach gut ist, stabil läuft und auch schnell ist. Und wir haben jetzt hier mal die Hauptseite XSplit. Da kommt ihr drauf, wenn ihr auf XSplit Google eingibt oder so. Und dann habt ihr hier nämlich Products unter XSplit Broadcaster. Der ist ja bekannt unter den ganzen Streamern. Das heißt, der hat verschiedene Windows, ihr könnt alles Mögliche einstellen. Das ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und die Software kriegt ihr wie gesagt hier auch mit Instant-Chroma-Key, funktioniert mit Capture-Karten, eigentlich mit allem, was man sich vorstellen kann und mit jeglichen Livestream-Portal oder Ähnlichem. Was jetzt neu ist und auch mit der XSplit Lizenz zusammenkommt, ist XSplit Gamecaster. Der Gamecaster hat so ziemlich die gleichen Features wie das Streaming-Part von XSplit. Ihr habt hier auch ein Instant-Chroma-Key, was beim Caption halt echt geil ist. Bisher hat man halt gecaptured, nimmt Fraps auf, nimmt seine Kamera auf, hat sich im Hintergrund, muss alles nachbearbeiten, muss alles dann nachsächlich rauskeen mit After Effects oder was auch immer man da für ein Programm benutzt. Das fällt halt hier weg, weil das Instant-Chroma-Key mit der Aufnahme gleichzeitig aufnimmt. Das heißt, es spart euch damit eine Menge Arbeit. Ihr könnt hier auf dem Bildschirm sozusagen zeichnen, wenn ihr irgendwie Commentaries macht oder Ähnliches, wenn ihr irgendwelche wichtigen Punkte hervorheben wollt. Das sind alles Features, die andere Programme noch nicht besitzen. Und da kann sich echt Fraps und die ganzen anderen Caption-Programme echt noch eine Scheibe abschneiden. Und wie gesagt, das ist mit dabei in der 3-monatigen Lizenz, die man hier für 14 Dollar kaufen kann. Und wie ihr das bekommt von uns, für alle Partner-Free, seht ihr jetzt. Ihr werft einfach mal einen Blick auf freedom.tm, loggt euch ins Dashboard ein und seht dann hier oben links einen neuen Tab, der nennt sich XSplit. Und zwar ist eigentlich alles sehr, sehr schön aufgelistet, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ihr seht jetzt hier, bei mir ist er ausgeblendet, ihr seht jetzt hier einen Key für eine wöchentliche Lizenz. Das heißt, ihr bekommt eine Woche die Lizenz, XSplit und den Gamecaster zu nutzen und auch ein Review zu machen. Dieses Review setzt ihr hier rein, also den Link zum Video. Das wird dann vom Freedom-Team also geprüft und danach bekommt ihr eine 1-Monats-Lizenz. Wenn ihr dann es schafft, eure Einnahmen durch die Features, die ihr hier habt, die Features, die ihr XSplit bietet, 5 Dollar Revenue mehr zu bekommen, bekommt ihr, wie ihr hier sehen könnt, in Schritt 4 eine XSplit-Lizenz ohne Limit, die nicht limitiert ist auf eine Woche, einen Monat oder ähnliches und können somit dann XSplit kostenlos nutzen als Freedom-Partner. Das Ganze haben wir für alle 5.000 Partner weltweit freigeschalten und die Möglichkeit hat jetzt jeder, also jeder Freedom-Partner, XSplit kostenlos zu bekommen und zu nutzen für alle Streamer, für alle, die Gameplay capturen. Es ist ein phänomenales Tool, ich finde es wirklich cool. Ein paar Kumpels von mir haben schon getestet und sind auch sehr, sehr begeistert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei und viel Spaß beim Testen. Das Programm macht echt Spaß, ist echt easy und funktioniert sehr, sehr gut. Macht's gut, bis dahin.